Ja, ist denn heute schon Weihnachten? Ja, für den lieben Benni, allem Anschein nach schon, denn mich hat ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk hier erreicht, von dem ich teilweise natürlich schon weiß. Denn es ist ein Paket vom lieben Mischa, der hat mir das zukommen lassen und ich kann schon erahnen, ein, zwei Dinge, die da vielleicht drin sind. Ich vermute aber auch, dass er noch ein paar Sachen dabei gepackt hat, die ich noch nicht weiß. Dann sind noch ein, zwei Dinge drin, die er gerne hier meinem Channel zur Verfügung stellen würde, die ich hier verlosen kann und es sind noch ein, zwei Dinge für meine Freundin dabei, für ihr Geburtstag und für Weihnachten zusammen. Ja, und ja, er hat mir das Paket zukommen lassen und hat auch darauf bestanden, schon fast, ja, dass ich dieses Paket vor Weihnachten auspacke. Ja, am liebsten hätte er jetzt schon heute am Liefertag, zwei Wochen vor Weihnachten, dass ich das Teil auspacke. Ja, ich hätte auch bis Weihnachten warten können, aber er sagt, nein, komm, mach jetzt, ich will dein Video sehen, mach ein Video und er würde sich schon drauf freuen. Ja, dem Wunsch komme ich dann natürlich nach, ja, ist auch für mich schön, dann kann ich die Sachen schon früher auspacken, ja. Und ja, deshalb gibt es jetzt schon vor Weihnachten dieses Video. Ja, nett, wie der Micha halt ist, hat er hier schön noch drauf vermerkt. Ich weiß gar nicht, ob man es jetzt hier sehen kann. Da steht so liebevoll Homo auf meinem Karton, ja. Ich weiß nicht, vielleicht macht der Micha mir auch deswegen so oft Geschenke und verwechselt da irgendwas. Vielleicht ist er ein bisschen mit mich verliebt oder so, ja. Aber tut mir leid, Micha. Ich bin vergeben, das weißt du ja. Aber das könnte auch vielleicht erklären, warum ja der Briefträger heute Morgen so ein Petzauge gemacht hat, ja. Aber ja, Spaß beiseite. Ein schönes, großes Paket. Es sind auch jetzt zwei Pakete zu Micha und seiner Familie unterwegs, denn auch wir möchten ihm und seiner Familie was zu Weihnachten zukommen lassen. Und ja, ich würde sagen, wir packen das Ding mal aus. Es wölbt sich hier ein bisschen. Ich weiß jetzt nicht, da muss ich ein bisschen aufpassen, wenn ich mit dem Messer reinschneide. Nicht, dass ich da was kaputt mache. Aber das müsste ja alles funktionieren hier. Mal gucken, wie wir das machen. So. Einmal so rein. Einmal so. Ah, okay. Da passiert auf jeden Fall nichts. Und ich freue mich schon riesig auf dieses Paket, ja. Ich bin gespannt, da er so drauf drängt, dass ich hier ein Video mache, vermute ich, dass da noch irgendwas drin ist, von dem ich nichts weiß. Und lassen wir uns überraschen. Ja, hier sehe ich schon was. Das wird auf jeden Fall demnächst noch so als kleines Gimmick bei die Verlosung dabei kommen. Da haben wir so eine Tüte von Evil Dead, von der Neuinterpretation oder dem Sequel, Prequel, was auch immer es jetzt ist. Gibt es eine schöne Kotztüte. Die kommt auf jeden Fall dann bei dem nächsten Verlosungspaket mit dabei. Und dann haben wir hier natürlich noch eine Karte, ja. Und ich sehe hier schon, hier hat er was draufgeschrieben, der liebe Micha, ja. Für Mandy und Benni. Und dann ist ein Verweis auf mein Name. Da steht dann in Klammern auch, auch Homo genannt. Der Best Friend vom... Ja, 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 du bist doch ein Freak, Alter. Ja, die Zeiten sind lang vorbei. Aber ich gucke mir mal noch das Kerbchen hier an, die Weihnachtskarte, ja. Und ja, frohe Weihnachten, ein gutes neues Jahr. Dann haben wir hier ein paar Glückwünsche, beziehungsweise frohe Weihnachten und guten Rutsch ins neue Jahr. Bleibt gesund und wir sehen uns. Liebe Grüße und dann die Unterschriften von der Familie. Und alles Gute zu Mandis Geburtstag. Hier so eine schöne Weihnachtskarte, ja. Finde ich sehr, sehr nett. Vielen, vielen Dank. Kommt auf jeden Fall auch hier an die Magnetwand am Kühlschrank. Und ich würde sagen, dann packen wir hier mal aus. Ah, da sehe ich direkt schon Sachen, von denen ich noch nichts wusste. Sehr schön. Ich hoffe, ich kriege das hier alles anständig hin mit dem Auspacken. Und dass ich hier nicht mit der Kartonage so oft ans T-Shirt komme. Ich schneide hier kurz mal den Deckel ab. So, dann habe ich hier nämlich mehr Platz. Dann haben wir hier nochmal so eine schöne Brechtüte. Und hier haben wir direkt schon mal was Geiles. Und zwar ein T-Shirt von Pennywise. Steven King's S, die Neuverfilmung. Sehr, sehr geil. XXL, der Micha weiß. Ich habe in der Corona-Zeit leider wieder mal ein paar Kilo zugenommen. Da hatte ich es so gut abgenommen und dann wieder zugenommen. Aber XXL müsste passen. Und da haben wir hier dieses Artwork. Und das sieht sehr, sehr geil aus. Ja, auf jeden Fall. Also ich hoffe, es passt. Ansonsten muss ich demnächst wieder ein paar Kilo abnehmen. Comeback and Play steht drauf. Sehr, sehr guter Druck. Sehr schönes Artwork. Gefällt mir richtig gut. Vielen, vielen Dank dafür. Das lege ich mal hier auf die Seite. Mal gucken, wo ich genug Platz habe. Oh je, da ist ja einiges drin. Ja, da haben wir was. Davon wusste ich ungefähr, dass ich das bekomme. Aber ich habe nicht gewusst, welche Cover. Denn der Micha hat mir hier zu Weihnachten Halloween Media Books gekauft. Und ja, freue ich mich auf jeden Fall und bin schon gespannt. Da haben wir hier einmal das Remake. Also beziehungsweise ist ja kein Remake. Ist eine Fortsetzung zum Original. Also der 2018 ist er, glaube ich, rausgekommen. Hier mit Jamie Lee Curtis. Und sehr, sehr schönes Cover auf jeden Fall. Sehr cool. Mir hat auch das Cover mit Skiyoti gut gefallen. Ja, aber das sieht natürlich auch mega aus. Und ich finde allgemein, diese Media Books hier, diese von Halloween, sind irgendwie dicker und größer als sonst, habe ich das Gefühl. Ja, hier jetzt nicht, glaube ich. Aber ich hatte Mediamarkt zum Beispiel eins in der Hand von Universal. Und das war ein bisschen größer als die reguläre Media Books. Hat mir gut gefallen. Ja, auf jeden Fall sehr, sehr geil. Wird es natürlich auch noch Unboxings geben. Dankeschön dafür. Dann haben wir hier natürlich die Retro Collection von Halloween 2. Rob Zombies Halloween 2. Auch ein Megafilm. Ich finde den geil. Viele finden den nicht so toll. Okay, der Slane hat zum Beispiel letztens mal erwähnt, dass die mehr nur noch so auf die Gewaltszenen setzen und so. Beim 2er kann man das schon fast sagen. Ja, aber ich fand den ersten Teil von Rob Zombie grandios. Genauso wie das Original. Ich kann beide separat voneinander schauen. Beide haben so ihre gewissen Arten. Der Original mehr halt auf Atmosphäre und so. Und Rob Zombie seine sind halt ein bisschen schmutziger, ein bisschen brachialer. Aber von der Origin Story fand ich das sehr interessant auf jeden Fall. Und auch Teil 2, der mir aber besser gefällt in der Kino-Version anstatt in der Director's Cut-Fassung. Weil die hat eigentlich nur unnötige Dialog-Szene noch dabei. Dann, was haben wir dann hier noch? Noch eine Kotztüte von Evil Dead. Also da wird es einige Gewinnspiele wohl geben demnächst. Und dann mache ich mal hier die Verpackung weg. Und dann haben wir hier... Okay, das ist auf jeden Fall auch zum Verlosen für den Kanal. Hoffe euch geht's gut. Liebe Grüße, Michael und die Namen der Familie. Und wir sehen uns wahrscheinlich im Februar. Wenn da jetzt nicht noch irgendwas dazwischen kommt mit Corona. Ich mache hier den Zettel mal ab. Da haben wir hier nämlich die Infinal Affairs Trilogie im Mediabook. Die wird es auf jeden Fall bald auf meinem Channel zum Gewinnen geben. Und dann haben wir hier nochmal ein paar Filme. Da haben wir mit Selma Hayek... Selma Hayek? Spreche ich das richtig aus? Everly. Ich glaube, den habe ich sogar schon in der Sammlung. Dann haben wir hier noch im Mediabook My Name is Bruce. Ein Film mit Bruce Campbell. Von Cape Light. Wusste ich gar nicht, dass die den rausgebracht haben. Auf jeden Fall ein abgespacedes Cover. Den Film kenne ich auch noch gar nicht. Dann haben wir hier noch George R. Romero's Diary of the Dead. Kenne ich auch noch nicht. Fehlt mir noch in der Sammlung. Auf jeden Fall geil. Freue ich mich drauf. Wollte ich eh schon mal die ganze Zeit gucken. Und bin schon gespannt. Wo man ja sagen muss, bei den Zombie-Filmen ist immer so eine Sache, ob die dann wirklich auch überzeugen können oder nicht. Da gibt es wirklich nur eine Handvoll, die richtig gut sind. Dann sehe ich hier schon was. Und das sind jetzt Geschenke für meine Freundin. Und sehr, sehr geil auf jeden Fall. Und Micha hat schon gesagt, die darf ich mir nicht unter den Nagel reißen. Die sind für Mandy. Da haben wir einmal das 4K-Steelbook zu Maleficent Teil 1. Sehr schönes Steelbook auf jeden Fall. Und hier auch noch ein 4K-Steelbook zu Maleficent Teil 2. Welches auch richtig schön ist. Richtig schönes Artwork. Richtig schönes Steelbook. Und ja, die sind für Mandy. Und da wird sie sich auf jeden Fall freuen. Und dann noch was für Mandy. Das hole ich jetzt auch gerade mal hier raus. Da haben wir hier so ein schönes Tee-Service von Aladin. Das sieht dann aus wie die Wunderlampe. Und noch zwei schöne orientalische Tassen dabei. Haben wir letztens tatsächlich im Geschäft gestanden. Und haben schon überlegt, das zu kaufen. Und jetzt, wie der Zufall es will, hat Micha die tatsächlich hier reingepackt. Ja, auf jeden Fall ein sehr schönes Service. Und ja, da wird sie sich auch freuen. Passt auf jeden Fall perfekt in ihre Disney-Sammlung. Dann gucken wir hier mal weiter. Dann haben wir hier nochmal eine Prechtüte. Aber da ist dieses Mal was drin. Da muss ich jetzt mal gucken, was das ist. Ah, wie geil. Sehr, sehr geil. Da freue ich mich riesig. Ja, gerade noch vor ein paar Tagen mit dem Micha telefoniert. Denn bei Nameless waren gerade wieder Angebote. Und da gab es zum Beispiel hier von Teil 3 aus der Box, gab es das Expandables 3 Media Book. Ich hatte mir ja damals Teil 1 gekauft auf der Börse bei uns. Und hier ist dann Expandables 3. Das war im Angebot. Und ich habe schon überlegt, ob ich es kaufen soll oder nicht. Ja, aber es ist halt bei dem Online Shop immer so, dass die halt immer 6 Euro Versand draufhauen. Ja, und das Media Book hat da irgendwie im Angebot 15 Euro gekostet. Und dann wäre ich schon mit den 6 Euro Versand wieder bei 20 gewesen. Da hatte ich dann keine Lust drauf für einen Artikel. Und ja, da habe ich mit Micha drüber telefoniert, ob ich mir das Ding holen soll oder nicht. Und jetzt hat er mir es dann anscheinend bestellt, weil er wusste, dass ich mir es doch nicht geholt habe. Vielen, vielen Dank. Richtig geil. Ja, da freue ich mich auf jeden Fall. Jetzt fehlt mir nur noch Teil 2. Denn den habe ich bis jetzt leider nicht mehr gefunden für einen vernünftigen Preis. Dann haben wir hier nochmal was. Das ist auf jeden Fall auch noch zum Verlosen. Also wie gesagt, ihr könnt euch freuen. Da wird demnächst ein bisschen was auf euch zukommen. Und das hat er hier so mit dem... Ah, das hat er alles so zusammengepackt. Das muss ich jetzt mal aufmachen. Und da haben wir auf jeden Fall zweimal original verpackt noch den Film Naked Weapon oder Naked Weapon in der MRA-Variante. Also im Keep Case zweimal noch OVP hier. Und dann haben wir noch einmal OVP in der DVD-Variante Heiße Katzen. Ja, wird es auf jeden Fall demnächst ein schönes Gewinnspiel hier auf dem Channel geben. Und ich weiß nicht, ob da unten das drin ist, was ich hier wirklich vermute. Dann bist du wahnsinnig. Ich habe gesagt, übertreib es nicht. Ich freue mich natürlich riesig darüber. Aber dann packt er da Zeug rein. Das ist der Wahnsinn. Da hätte auch eine Weihnachtskarte gereicht. Aber natürlich, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich würde mich hier nicht freuen. Gucken wir, was hier noch drin ist. Ah, okay. Das ist auch für meine Freundin. Und dazu muss man sagen, das haben Michas Frau und Michas Kinder selbst gemacht für meine Freundin. Weil sie wissen, dass sie großer Disney-Fan ist. Und da haben wir hier eine Schmuckschatulle. Eine Schmuckschatulle. Ich schalte das mal hier vor das Gesicht. Hoffentlich schaltet er scharf. Eine Schmuckschatulle von Die Schöne und das Biest. Und alles handbemalt. Sieht sehr, sehr schön aus. Gefällt mir richtig, richtig gut. Ich hoffe, dass er das jetzt scharf geschaltet hat. Und sieht sehr schön aus. Gefällt sogar mir. Also ist ja halt für Männer jetzt ein bisschen kitschiger. Aber ich finde es sehr, sehr schön gemacht. Da haben sich... Jetzt habe ich den Namen gesagt. Und die Kinder haben sich hier wirklich viel, viel Mühe gegeben. Und vielen, vielen Dank hier auch im Namen von Mandy. Da wird sie sich bestimmt drüber freuen. Weil es sieht einfach fantastisch aus. Das stelle ich mal auf die Seite. Und dann gucken wir. Wir sind noch lange nicht am Ende hier. Da sind noch ein paar Dinge drin. Und mal gucken, was das hier... Was ist denn das da unten? Ich hoffe, das ist nur ein Lückenfüller. Okay. So, dann gucken wir. Sehr, sehr schön. Hat er auch schon mal was angedeutet. Ich war mir aber nicht sicher, ob er es dann doch wirklich macht. Da haben wir einmal Tanz der Teufel 2 von 84 Entertainment. Das sind hier diese neuen Mediabooks, die rausgekommen sind. Sehr, sehr geil. Ich bin ja großer Tanz der Teufel-Fan. Ich habe viele Mediabooks schon in der Sammlung von Tanz der Teufel. Auch wenn ich sagen muss, dass der erste Teil sehr schlecht gealtert ist. Ja, aber es ist halt immer noch ein Kultfilm und hat so einen Kultstatus. Verbindet man mit ein bisschen Nostalgie. Und dann haben wir hier noch Army of Darkness. Und den wollte ich ja eigentlich auch unbedingt haben. Und tatsächlich hat er mir den hier dabei gepackt. Auch von 84 Entertainment. Und sogar in der Cover-Variante, die mir am besten gefallen hat. Sehr, sehr geil. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Das freut mich. Army of Darkness ist auch ein Kultfilm, der mir mittlerweile sogar besser gefällt als Teil 1 und Teil 2. Einfach in diesem Mittelalter-Szenario, wo sie da echt reinwerfen mit der Kettensägelung, der Flinte. Einfach Wahnsinn. So, ich weiß nicht, ob es das war. Ob das hier jetzt, was das da jetzt genau ist. Ob das ein Lückenfüller ist oder... Ja, ich glaube das ist... Oder was... Na, was ist denn das? Ah, okay, okay. Ich mache mal hier den Karton weg. Und ich denke mal, dass das da drin ist jetzt. Sonst würde ich mich ja hier schön blamieren. Aber ich gucke mal. Weil ich denke nicht, dass der Karton leer ist. Nein, tatsächlich. Sehr, sehr cool. Micha weiß ja auch, dass ich ein Sony-Fan bin. Und er hat mir jetzt hier ein schönes Licht geschenkt. Das ist ein Licht, also so wie es hier abgebildet ist. Das sind die Icons von dem Pad, von dem Gamepad, vom Controller, von Sony, von der Playstation. Und das ist ein Licht, das ist eine Nachttischlampe. Und sieht sehr, sehr nice aus, auf jeden Fall. Hinten sieht man noch, wie es dann aussieht, wenn es leuchtet hier. Und sehr, sehr cool, auf jeden Fall. Habe ich auch noch nicht gesehen. Sehr geil. Ich habe tatsächlich erst gedacht, der hätte mir hier das Headset von der PS5 reingepackt und so. Das wäre aber wirklich wahnsinnig gewesen. Da habe ich auch gehofft und auch gesagt, bitte pack das nicht rein und so. Weil das einfach viel zu teuer ist, ja. Aber ich war mir nicht sicher. Ich habe eben nur das Playstation-Log. Nein, der Wahnsinnige hat das ja nicht gemacht. Aber nein, ist eine Nachttischlampe. Und da freue ich mich drüber, weil die sieht wirklich nice aus. Und die macht sich auf jeden Fall gut in der Sammlung. Ja, das war es mit meinem vorzeitigen Weihnachtsgeschenk. Und wie gesagt, ich hätte eigentlich bis Weihnachten gewartet. Aber der Micha hat darauf bestanden, dass ich das Paket ruhig früher auspacken soll. Ja, es sind sehr, sehr viele schöne Dinge dabei. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank, lieber Micha. Natürlich auch vielen Dank an deine Frau und an die Kinder. Und wie gesagt, wenn nichts dazwischenkommt, sehen wir uns auf jeden Fall im Februar. Und wir wünschen euch auch eine frohe Weihnachtszeit, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ihr müsstet ja auch die Tage unsere Pakete bekommen. Und vielen, vielen Dank. Ja, mehr kann ich dazu jetzt nicht sagen. An euch Zuschauer, vielen Dank fürs Einschalten. Ihr könnt mir gerne eure Meinung hier zum Paket in die Kommentare reinschreiben. Und ansonsten, wie immer, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Aktiviert die Glocke, abonniert meinen Channel. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Euer Benni. Ciao. Ciao.